Wir erklären, was Blindleistung ist und warum sie für das Netz wichtig ist. Bei einem Spaziergang laufen Maike und ihre Freundin Mirai an einigen Strommasten vorbei. Als begeisterte Elektrotechnikerin erklärt ihr Mirai, dass die Spannung nur stabil ist, weil die Blindleistung ständig reguliert wird. Maike stutzt. Blindleistung? Was verbirgt sich genau hinter diesem merkwürdigen Begriff? Sie möchte mehr erfahren. Der Strom wird vom Ort der Erzeugung zu Maikes Haus transportiert. Damit der Transport überhaupt funktioniert, müssen auch die Leitungen stetig unter Spannung stehen. Dazu wird ein elektrisches und ein magnetisches Feld auf- und abgebaut. Die Energie, die in den Aufbau dieser Felder fließt, wird als Blindleistung bezeichnet. Eine Art Schmiermittel für den Strom. Sie verrichtet keine direkt nutzbare Arbeit, ist aber enorm wichtig. Die Felder werden 50 Mal pro Sekunde auf- und abgebaut. Damit sie bestehen bleiben, muss genug, aber nicht zu viel Blindleistung verfügbar sein. So wird dafür gesorgt, dass die Spannung immer gleich bleibt. Wenn zu viel Blindleistung im Netz ist, steigt die Spannung und alle Geräte und Elemente, die in das Stromnetz angeschlossen sind, können beschädigt werden. Wird zu wenig erzeugt, sinkt die Spannung zu stark. Die Felder fallen in sich zusammen und der Strom kann nicht mehr transportiert werden. Maike sitzt also buchstäblich im Dunkeln. Maike versteht, Blindleistung sorgt dafür, dass das elektrische und magnetische Feld aufrechterhalten wird. So bleibt die Spannung immer gleich und Ihre Lampe leuchtet auch weiterhin.